Ja, kommen wir jetzt zum Trend Nummer 4, der zunehmende Drang nach Selbstverwirklichung und Streben nach Glück. Der sagt eigentlich aus, dass die junge Generation ein ganz anderes Selbstbild von sich selber hat als ältere Personen. Sie wollen sich selbst verwirklichen. Es geht darum eben, dass sie sehr glücklich sind. Also wir stellen uns mal den Hubert vor. Der Hubert ist in den 50er Jahren geboren und hat eine Mutter Adelheid, die auch eben den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat. Und die Adelheid hat immer zum Hubert gesagt, ja Hubert, du musst dich anstrengen, du musst fleißig sein, dann wirst du auch irgendwann erfolgreich sein. Und der Hubert, der war natürlich sehr tüchtig. Das war ja auch so eine Vokabel, die man damals oft verwendet hat. Der hat hart gearbeitet und dann hatte der letztendlich auch Erfolg. Wenn wir uns das jetzt mal in Bildern vorstellen, die Adelheid hat immer gesagt, Hubert, du wirst dann irgendwann auf eine grüne Wiese kommen. Und weil sich dann aber natürlich auch die Wirtschaft sehr positiv entwickelt hat und alles floriert hat, ist der Hubert letztendlich auf eine Wiese gekommen, die viel grüner war, viel saftiger als das, was er sich letztendlich vorgestellt hat. Und immer dann, wenn unsere Erwartungen übertroffen werden, dann sind wir natürlich begeistert und sehr zufrieden. Und im Endeffekt sind alle Vertreter oder sehr viele Vertreter der Babyboomer-Generation sehr zufrieden mit ihrem Leben, weil sie einfach mehr erreicht haben, als sie sich vorgestellt hatten. Und diese Lebenserfahrung und Lebenszufriedenheit gibt der Hubert jetzt an seine Tochter Lucy weiter. Lucy gehört der Generation Y an und die kriegt jetzt eben von ihrem Vater Hubert die ganze Zeit gesagt, Lucy, du kannst alles werden in deinem Leben. Dir stehen alle Türen offen, du hast alle Möglichkeiten der Welt, dir wird es irgendwann auch wirklich gut gehen. Und die Lucy, die übernimmt das natürlich. Vielleicht hört die das ja auch sogar noch von ihrer Lehrerin, dass sie also sämtliche Möglichkeiten offen hat. Und deswegen denkt sich die Lucy und sagt dann auch offenbar, ja, vielleicht werde ich ja eines Tages auch Präsident. Und da sind wir wieder am Titel dieses Vortrags. Vielleicht werde ich aber irgendwann auch Präsident. Jetzt haben wir eben gehört, die Leute, jungen Leute von heute, denen ist aber eine erfolgreiche Berufskarriere gar nicht mehr so wichtig, sondern stattdessen geht es eben um die Erfüllung, eine erfüllende Karriere. Und deswegen denkt sich Lucy, ja, ich könnte zwar auch Präsident werden, aber ist das eigentlich das, was ich im Herzen wirklich auch machen möchte. Vielleicht sollte ich auch lieber Drehbuchautorin werden. In jedem Fall stellt sich Lucy also vor, dass sie ein wunderbares Leben haben wird. Da ist nicht nur eben, wenn wir jetzt bildlich sprechen, grünes Gras, sondern auf ihrer Wiese blühen auch richtig bunte Blumen, richtig schöne bunte Blumen. Und weil ich die Marketingprofessorin bin, laufen auf Lucys Wiese sogar weiße Einhörner mit richtig toller Regenbogenmähne. Die laufen auf Lucys Wiese, weil sie sich das so toll vorstellt. Die Realität ist jetzt, es gibt keine Einhörner, auch nicht mit Regenbogenmähne. Und es gibt auch keine bunten Blumen auf der Wiese. Es ist auch heute noch schwierig, eben erfolgreich zu sein, heute mehr als früher. Und deswegen ist Lucy enttäuscht. Sie kann vielleicht gar nicht Drehbuchautorin werden. Und dann kommen ja noch hinzu die Social-Media-Verzerrungseffekte, weil die Lucy, die sitzt jetzt acht Stunden in ihrem Büro, ja, am Computer und sieht die ganze Zeit, wie irgendwelche Leute auf Instagram oder Facebook posten, was sie gerade für ein tolles Mittagessen mit Kollegen hatten und wie sie eben jetzt gleich spazieren gehen werden in der Sonne. Und deswegen ist Lucy frustriert. Wenn wir jetzt diese Lucy-Geschichte, die wir gerade gehört haben, mal übertragen eben auf die Lehre, auf unsere Studierenden, dann können wir eben festhalten, dass wir frustrierte und selbstfokussierte Studenten haben, die auf sich selbst bezogen sind. Auf Englisch eben frustrated and self-focused students. Wir können das daran festmachen, dass wir eben einen zunehmenden Narzissmus haben zwischen den beiden Studierenden. Es existieren gar nicht mehr so enge Beziehungen zwischen den Studierenden, wie das vielleicht früher einmal der Fall war. Wir haben einen zunehmenden Drang nach Selbstverwirklichung und zwar nicht nur von den ganz jungen Leuten, sondern auch eben von den Älteren der Digital Natives oder der Generation Y. Das heißt auch mit in Zukunft werden wir weiterhin mehr Studierende über 30 oder 40 haben, die eben anfangen zu studieren, weil die streben ja danach, sich selbst zu verwirklichen. Und zudem können wir eben auch beobachten, dass wir mehr und mehr Leute haben, die für ihr Studium, die was studieren, was für ihr Herz, für ihre Seele gut ist. Ja, die wollen sich ja selbst verwirklichen und eine erfüllende, ein erfüllendes Leben haben. Und deswegen werden Studiengänge wie Wirtschaftspsychologie zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Und was wir uns auch vor Augen halten müssen, Personen wie Lucy beispielsweise, die wird niemals daran schuld sein in ihrer Selbstwahrnehmung, dass sie das Problem ist, wenn sie schlechte Noten hat. Dass sie eben diejenige ist, die sich die Schuld eingesteht. Sondern eine Lucy wird immer das System, die FOM, die Dozierenden, andere dafür verantwortlich machen, wenn sie schlechte Noten hat. Und deswegen müssen wir mit eben steigenden Einsprüchen und Widersprüchen uns auseinandersetzen.